Was ihr hier vor euch seht, ist ein Luftfilterkasten von einem Speedfight 3. Diesen möchte ich heute entdrosseln. Ich möchte euch zeigen, wie man ihn entdrosselt. Dazu baut ihr den Luftfilterkasten erstmal vom Roller ab, löst dann die vier Schrauben an der Front und dann zieht ihr die vordere Kappe ab. So, dann seht ihr die Luftfilter-Einlage. Oh, die sitzt hier gar nicht richtig. Die kommt erstmal raus. Natürlich beim Zurückbauen darauf achten, dass die richtig sitzt. So, dann, wo ich den mal näher ran, seht ihr da ein Schnorchel. Dieser Schnorchel sollte so weit wie möglich hier an der Kante bzw. an der Wand abgeschnitten werden. Mit einem Cuttermesser oder ähnlichem. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr mit dieser Seite erstmal soweit fertig mit dieser Hälfte. Könnt ihr dann zur Seite legen und dann holt ihr euch die Vorderseite. Die Vorderseite hat auch noch einen Schnorchel. Der ist ein bisschen länger. Das Schöne an diesem Schnorchel ist, den kann man so abnehmen und auch wieder einbauen. Das heißt, wenn man den erstmal entfernt hat, geht er so ohne Probleme wieder zurück. Dazu löst ihr diesen Pin. So. Und dann ist er hier eingeschoben in diese Rille, in diese Lücke. Dann könnt ihr einfach ein bisschen ruckeln und ziehen. Sollte das eigentlich möglich sein. Das geht leider manchmal ein bisschen schwer. Ich versuche das jetzt gerade mal. Na. Vielleicht eine Zange nehmen, vorsichtig drücken. Das geht, wie gesagt, manchmal relativ schwer. Aber wir werden es auf jeden Fall hinkriegen hier. Na. So, jetzt kommt er. So, jetzt könnt ihr den abziehen. Dann habt ihr das. Der Schnorchel kann dann erstmal weg. Schmeiß den bloß nicht weg, wenn ihr irgendwann mal wieder zurückbauen wollt. Ist das eine ganz gute Möglichkeit. So, jetzt habt ihr hier vorne den Lufteinlass. Den könnte man, wenn man möchte, auch noch vergrößern. Der ist relativ klein. Da ist er. Ja. Wenn ihr das auf jeden Fall gemacht habt, säubert den Luftfilterkasten von innen. Eventuell säubert ihr auch die Luftfilter-Einlage oder holt euch eine neue, je nachdem, wie ihr das möchtet. Ich glaube, von Peugeot wird nicht empfohlen, die zu reinigen, sondern eine neue zu kaufen. Aber die wollen natürlich auch nur Geld verdienen. Äh, ja. Baut alles zurück wieder an den Roller. Und dann sollte der Spaß eigentlich beginnen können. Wichtig ist nur, wenn ihr diesen Umbau macht, solltet ihr auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Vergaser ordentlich abgestimmt ist auf diesen modifizierten Luftfilter. Denn, äh, es wäre echt schade, wenn ihr ein zu mageres gemischt habt und der Roller dann erstmal gar nicht mehr richtig läuft. Oder ihr nicht merkt, dass der Roller ein zu mageres gemischt hat und ihr einen Kolbenfresser oder ähnliches bekommt. Dieses Prinzip sollte eigentlich auch in anderen Luftfilterkästen anwendbar sein. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Luftfilterkästen noch solche Schnorchel drin sitzen. Ich glaube, in diesen China-Rollern, äh, Rex, Bautian und Co., die haben auch manchmal Luftfilter, wo solche Schnorchel drin sind. Da könnte man dieses Prinzip halt auch anwenden. Also, ich würde dieses Tuning, beziehungsweise diese Optimierung nicht für Leute empfehlen, die irgendwie nur 45 fahren oder sowas. Dadurch wird der Roller wahrscheinlich nicht schneller. Eventuell. Aber wirklich nur eventuell kriegt er einen besseren Anzug. Also, für Mofa und legale Rollerfahrer sollte das nicht sein. Das ist dann mehr für die Leute, die vielleicht schon ein bisschen was gemacht haben am Roller. Ein größerer Vergaser, ein größerer Auspuff, beziehungsweise ein anderer, ein Sportzylinder. So, in diese Richtung. Oder einfach, wenn man nur komplett entdrosseln möchte, dann ist das Pflicht. Weil man ja wirklich alles raus haben will. Also, ich denke, das ist gerade eine gute Alternative zu einem Sportluftfilter. Weil dieser Luftfilter ist halt der originale und doch recht unauffällig. Und ein Sportluftfilter ist ja schon auffällig, würde ich behaupten. Sowohl im Aussehen, als auch in der Lautstärke. Jetzt möchte ich euch natürlich auch noch eben erklären, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also, wieso der Roller besser läuft, wenn die Schnorchel entfernt worden sind. Ein Luftfilter sollte normalerweise so aufgebaut werden, dass die Luft einen so gering wie möglichen Widerstand hat. Und das ist durch diese Schnorchel in diesem Luftfilter nicht gegeben. Die Luft muss durch die Schnorchel hindurch und das ist ein Widerstand. Je kürzer der Ansaugweg, je besser in diesem Fall. Das ist eigentlich so das große Geheimnis an der Sache. Man sollte immer versuchen, den Luftfilter so strömungsoptimiert, beziehungsweise so zu bauen oder zu modifizieren, dass er einen so gering wie möglichen Widerstand für die Luft bietet. Ja, das ist eigentlich alles. Kein Hexenwerk. Ciao.